Das ist einfach normal, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, da haben wir jetzt einen Gegenstoß. Herr hat die Chance, Herr Kanz! RATTO! Das war eins halb noch für die Falkans. Wir haben noch 17 Minuten zu spielen in so einem Rittel. Die Falkans sind ganz gut gestartet, es schaut jetzt momentan aus wie Powerplay. Ist aber nicht Baumgartner tot! Kaltre jetzt wieder auf Gegenzug, die Falkans haben schlecht gewechselt, Kastanaba noch ein Tier gespielt! Super! Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass wir Falkans schon besser stehen müssen, also wir dürfen den Platz eigentlich nicht zulassen. Aber da! Falkans! So gefällt uns das. Ah, ist das vierte Tor von die Falkans. Schieren ins Kreuz alle Augen. Aber ihr Zarnus von der Blauen! Oh! Auf den Helm habe ich geschossen! Wir haben uns schon in den ersten Powerplänen zu schlecht gefallen. Haben es ganz gut gemacht. Schauen wir uns jetzt, wie sie es jetzt machen. Wienerzer! Schuss! Ui! Wir haben ins Außen rum spielen lassen, haben ins Schießen lassen, es sind in die Buchs reingegangen. Wir haben in Buchs nicht aufs Tor. Ich kriege und jetzt kriegst du das Tor! 1-3! 4-4! Wir finden ihre Aufstellung. Kalt in Buchs drin, die Falkans bringen nicht aus. Schiergespielt von die Kaltre. Schuss! Fantastisch! Aber noch Schuss da! 15-4! Nini! Zurück zu Casanova! Schauk! Wieder zurück! Sinarnos! Versucht jetzt Richtung Tor zu ziehen! Schuss! Tor! Da! du hast mich zum Sieg! Has da über dem Fels! Trag uns nach vorne!